Hallo, ihr seid im Kinderbuchladen Serie Fee und das ist unser kleiner Beitrag zum Adventskalender für die Musikschule. Gruß Pötzschau, hallo Katharina und hallo ihr anderen. Das ist ein Buch von Hans Christian Schmidt und Andreas Nehmet aus dem Atlantis Verlag. Hase und Schneemann. Ein kleiner Hase rollte mal einen großen Ball ins Tal. Dann schuf er ohne Schwierigkeiten einen mittelgroßen zweiten und schließlich formte er noch einen dritten Schneewall, einen kleinen. Er baute alle aufeinander zu einem Schneemann und da stand er. Dann holte er für Schneemanns Kopf als Hut noch einen alten Topf. Der Hase sprach, ich muss jetzt gehen, du kannst dir ja die Welt ansehen. Und als er wiederkam nach Stunden, war der Schneemann schon verschwunden. Nur den Topf ließ er zurück. Gute Reisen und viel Glück. Schöne Weihnachten! 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 Amen. Amen. Amen.